So, also hüpfen wir noch mal da drauf. Boah, davon kriege ich Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich in einer Stunde mit dem Dungeon durch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so schaffe. Also so lange nehme ich aber noch gar nicht auf, oder? Na, knapp 20, 25 Minuten oder irgendwas an der Dreh. Also von daher ist vielleicht noch in Ordnung, aber nichtsdestotrotz. Wir haben jetzt 20.24 Uhr auf meiner Uhr. Ich wollte bis 21 Uhr eigentlich durch sein, weil viel länger kann ich nicht, weil morgen habe ich wieder Frühschicht und morgen muss ich arbeiten. Und Arbeit ist blöööö. Also Arbeit ist nicht unbedingt blööö, aber Arbeit ist halt hinderlich beim Let's Playen. Sagen wir es mal so. Also, was ja definitiv das einzig Wahre im Leben ist. Und ja, nur dafür, für das hier lohnt es sich zu leben. Genau, ja. Hören wir jetzt lieber auf, bevor die ganze Sache noch zu traurig wird. Mh, bo, 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 bo. Aber der Dungeon macht es ja relativ angenehm. Ich sag mal, ich hab genug Vogelstatuen. Den Sprung müsste ich doch hoffentlich schaffen. Dankeschön. So, okay. Jetzt denk erstmal drüber nach, Hering. Was musst du jetzt genau machen? Genau, du musst nicht die Karte aktivieren. Du musst einfach nur Sidney bemühen. Sidney kann jetzt oben nochmal ein bisschen rumfliegen. Er kann sich nochmal umgucken. Er kann dir vielleicht sogar Herzchen mitbringen, wenn Sidney ganz besonders lieb ist. Und Sidney ist heute mal extrem, extrem, extrem doll lieb. Und wenn er jetzt die Kurve noch einigermaßen passabel fliegt, wow, dann hat Sidney alles richtig gemacht. Und jetzt musst nur noch du alles richtig machen, Hering. So, eine dämliche Stelle. So, Moment. Ja. Nee, nee, weil jetzt, jetzt mach ich das noch nicht. Nein, nein. Jetzt warte ich erstmal noch ab. So, einen kleinen Moment. Lade meine Schleuder schon mal auf. Kann mir vorstellen, dass es jetzt gleich hoch geht. Genau. Und jetzt irgendwie machen wir so, weil die Plattform da ist. Dankeschön. Gut. Hoffentlich war das die letzte Timing-Geschichte hier in diesem Raum. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch für viel mehr garantieren kann. Nein, das war nicht die letzte Timing-Geschichte. Äh. Boing. Habe ich dich getötet? Nein. Ich kann euch eigentlich auch nur mit, äh, dem Bogen töten, oder? Huhu. Hihi. Haha. Ich hoffe, der Frosch macht jetzt nicht meine Plattform kaputt. Es wäre sehr nett von dem Frosch, wenn er meine Plattform nicht kaputt machen würde. Es wäre sehr nett, wenn der Frosch, wo ist der Frosch hin? Habe ich den Frosch überfahren? Ich weiß es nicht genau. Ich muss nach vorne gucken. Was passiert hier vorne? Nee, vorne passiert gar nichts. Ich muss Frösche töten. Frösche sind scheiße. Frösche sind doof. Frösche sind widerlich. Frösche sind Eier. Äh. Halt. 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 Falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Dankeschön. Jetzt hatte ich Angst. Gebete, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Auch wenn das echt unwahrscheinlich war, dass du das nochmal hinkriegst. Aber egal. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Aber ich werde auch noch irgendwo hin. Geführt. Entführt. Was auch immer. Bumm. Dam, dam. Da, 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 da. Das wäre auch zu einfach gewesen. Lass mich raten. Jetzt muss ich hier noch eine... Oh, nö. Noch eine Extraprüfung machen oder so. Nee, muss ich gar nicht. Uh, uh, uh. Du hast das Triforce der Kraft erhalten. Es lag einfach so hier rum. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammeln dir die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt. Die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Jeden noch so großen Wunsch. Also wie gesagt, ich will ein Pony, ich will ein Auto, ich will ein Haus. Ich will sammeln zwei weitere Artefakte. Genau, ich will die zwei weiteren Artefakte auch noch haben. Weil, kann ich ja nicht angehen, dass andere Leute auch noch hier Spaß haben oder so. Nee, nee. Ich will da, ich will das schon alleine für mich genießen. So, wenn ich jetzt hier hochgehe. Was passiert denn hier oben zum Beispiel? Wenn ich jetzt hier hochgehe, passiert folgendes. Ich kann zum einen diese Krüge hier kaputt machen. Hahaha, in denen absolut nichts drin ist. Und zum anderen kann ich hier diesen Schalter betätigen. Womit ich dann auch schneller durch diesen Raum hier durchkomme. Das ist höchst faszinierend. Oh ja. Gut. Äh, ja. Das ist gut. Glaube ich. So. Jetzt kann ich nämlich auch diesen Schalter hier betätigen. Und jetzt komme ich auch schneller durch diesen Raum, beziehungsweise... Oh, hier sind Pfeile. Beziehungsweise kann ich jetzt in den nächsten Raum reingehen. Der nächste Raum, der nochmal etwas gänzlich Neues ist. Wo zumindest eine Schiebetafel versteckt sein soll. Und Schiebetafeln sind gut in diesem Dankeschön. Oh ja. Gute Schiebetafeln. Und wunderbare Schiebetafeln überall. Hier ist es wieder so warm. Warum ist es hier so warm? Das kann doch nicht. Also zweimal dasselbe Setting für zwei eng aneinanderliegende Räume. Okay, dafür können die Räume jetzt nichts, weil ich habe es so angeordnet. Aber, naja, davon abgesehen. So. Hier ist eine schöne Statue. Warum sind hier Schlangenstatuen oder ähnliches? Das sieht sehr mysteriös aus. Ich kann hier graben, beziehungsweise mich hier... Ich kann hier durchkriechen. Will ich mir den Raum nochmal angucken? Ja. Das sieht sehr lavamäßig aus. Das sieht irgendwie sehr labrindmäßig aus. Ist mir egal. So. Schnup, 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 schnup. Links gucken. Aha. Rechts gucken. Aha. Schnup, schnup, schnup. Schnup, schnup. Hier geht es nicht weiter. Schnup, schnup. Jupp, 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 jupp. Also, schnup, 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 schnup. So. Zu Ende geschnupst. Äh. Achso. Nicht zu Ende geschnupst. Ach Gott. Liebe Entwickler. Gewisse Dinge müsst ihr mir doch nicht 20 mal zeigen. Oder so. Ich kann es doch mittlerweile. Oder auch nicht. Weil ich nicht direkt... Ich stand nicht so, wie ich stehen sollte. So. Jetzt aber. Hui. Genau. Weil, ich hoffe, die Explosion reicht aus. Ja. Ich habe schon gedacht, ich müsste vielleicht mehr Schwung nehmen oder so. Aber das hat noch vollkommen gereicht. So. Nein. Halt. Ich will, äh, ja, Bombe. Die gezündete Bombe wieder einstecken. Bitte. Ja. Dankeschön. Ach. Was in Zelda spielen. So alles möglich ist. Es ist ein Traum. Ich spiele einen wahrgewordenen Videospieltraum. Hier. Da, 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 da. Würden manche Leute ja sowieso zu Zelda sagen. Oh. Zu Zelda ganz bestimmt. Aber auch zum Spiel. Wir buddeln uns mal ein. Also mir raten, hier ist wieder irgendwo ein Käfer oder so. Oder auch nicht. Boing. Boing. Aha. Aha. Äh. Ja, das war jetzt gut, weil... Ich jetzt... Weil ich jetzt irgendwo durchkomme. Weil wir jetzt wieder zurückschnupsen müssen. Weil in diesem Spiel... Oh ja. Das ist sehr schön. Auch die ganzen... Ich meine, es geht ja nicht mal mehr um nur die Gebiete oder so. Also Eldin, Ranel und Firone. Wo man immer mal wieder... Scheiße. Immer mal wieder zurückkehren musste und so. Und alles wieder neu von vorne und von Anfang. Und das hast du nicht gesehen. Und so weiter und so fort. Es geht ja auch um die Dungeons an sich und so weiter. Es ist wirklich... Von den Entwicklern so vorgesehen gewesen, dass man immer und immer wieder gewisse Dinge einfach besucht. Lesen. Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Was für leuchtende Steine. Da hat doch irgendeiner zu viel... Zu viel von... Äh... Ja. Irgendwas genascht. Was? Das kann nicht gut sein. Finde die leuchtenden Steine? Die leuchten... Meinen die die Bomben? Oder... Ist da hinten jetzt irgendwas? Ah! Da leuchtende Steine. Ach so. Ah. Ein Kristall. Hm. Interessant. Bringt mir aber alleine nix. Das ist doof. So. Moment. Wo sind denn hier nochmal so... Basketballkörbe hier? Was ist das denn hier überhaupt? Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie alles kaputt machen. Kann man das kaputt machen? Sidney? Guck dir das mal genauer an, Sidney. Und erkundet es für mich. Boing. So zumindest nicht. Das sieht so aus, als könnte ich das irgendwie... In meinem Schwert zerschnibbeln oder so. Äh. Wusch. Äh. Eigentlich wollte ich so einen Schwertieb mehr so... Nach... Naja. Okay. Aber ich glaube, ich kann es nicht so richtig... Oder wenn ich mich hier... Auf die Erhöhung drauf stelle. Aber das ist auch Schwachsinn, oder? Ja. Das ist, glaube ich, Schwachsinn. Eher, wenn ich mich... Da drauf stelle. Gut. Erhöhung. Wofür ist die Erhöhung? Ich weiß nicht genau. Ich renne jetzt einfach mal hier so lang. In der Hoffnung... Achso. Ich soll das unten gar nicht hin. Nein. Ah. Ich soll mich vermutlich auf die Plattform hier stellen. Und dann so lange... So lange Bomben kullern, bis sie irgendwann da reinrollen. Na, herzlichen Dank. Oh, oh. Irgendwie... Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Äh. Nee? Das ist doch jetzt eine Geduldsaufgabe, oder? Ich mein... Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen. Also, beziehungsweise... Ich wollte schon kritisch anmerken, dass das irgendwie sehr seltsam ist. Aber gut. Das war dann ja doch leichter als gedacht. Pui! Oder sollte ich dort runter, noch zum Kristall? Vielleicht, weil es dort weitergeht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Huch, na schnur. Okay. So, jetzt bin ich hier unten und... Jetzt geht's hier... Ah, natürlich doch weiter. Ich hatte schon Angst jetzt. Aber das wäre eine Sackgasse gewesen, weil wenn ich dann in Labe gefallen wäre, dann wäre ich an diesem Raum wieder respawnt. Also irgendwie... Das konnten die Entwickler eindeutig nicht bringen. Das wäre zu gemein. Absolut nicht Zelda-typisch. So. Irgendwie jetzt hier so lang, da so lang, dort so lang. Irgendwie mein Schwert aufladen. Oh, mein Schwert. Oh, mein Schwert. Oh, mein Schwert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dort rüberspringen? Wollt ihr, dass ich dort rüberspringen? Ihr wollt, dass ich dort irgendwie mir eine Bombe kralle oder so. Mit Sidney. Nehme ich jetzt mal stark an. Oder? Wusch. Wusch. Aha. So. Bombe. Was soll ich mit der Bombe aufbomben? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Moment. Sidney Flick und Sieg. Ich schnapp mir eine Bombe. Und dann bombe ich hier drauf. Los. Und mache alles kaputt. Ach so, genau. Ah. Und mache alles kaputt. Ha la la. Da da. Nein, das war falsch. Das war der falsche Knopf. Ich brauch ne Bombe. La la la. Weil die kann ich so nehmen. Und dann seh ich dort hinten eine süße kleine Statue. Und da kann ich ne Bombe reifallen lassen. Ach Sidney, du bist einfach so toll. Es ist wirklich immer wieder ein Hochgenuss mit dir zusammen zu arbeiten. Ich werd die Zeit irgendwie nach diesem Let's Play vermissen. Aber gut, okay. Das nächste Let's Play kommt bestimmt. Und dann kann ich wieder irgendeinen anderen User da draußen irgendwie nach irgendwas benennen. Das ist jetzt nur scheiße. Ach komm. Das wollt ihr mir nicht erzählen, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ihr wisst doch, dass das Schwachsinn ist. Was genau. Ich wollt doch sagen. Also. Ich bitte euch. Da kommt ihr mir hier mit so ner lumpigen Realitätskacke. Was? Ich hab jetzt für einen kurzen Moment weggeschaut. Hä? Muss ich die ja bestimmt Zeit aktivieren, oder so? Zack. Eins. Zwei. Äh? Huh. Bitte nicht runterfallen. Dankeschön. Äh. Du kannst auch von hier aus, oder? Kannst du das sehen von hier aus? Äh. Nein, du kannst es natürlich nicht sehen. Warum kannst du es nicht sehen? Man weiß es nicht genau. So. Dann geh einfach hier runter und aktivier es so. Zack. Drei. Und falsch. Ähm. Muss man die in einer bestimmten... Man muss die ja dann ja wohl in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Oder... In einem bestimmten Gegenstand, oder so? Das... Nee, hat keiner was von der Reihenfolge gesagt. Oder hab ich jetzt die Steintafel falsch im Gedächtnis? Bing. So. Kommen auch irgendwelche Geräusche, oder so, vielleicht? Wenn ich... Äh... Mal genauer hinhören würde. Auch falsch. So, in welcher Reihenfolge habe ich sie denn jetzt noch nicht betätigt? Ähm... Nee, Quatsch. Das habe ich jetzt eben... Ich habe jetzt einen zweiten so betätigt. Dann müsste ich jetzt einfach eigentlich mal den... Äh... Das erscheint mir alles irgendwie zu unlogisch. Oder gibt es hier noch irgendwo einen Schalter oder so? Nee, drei Schalter müssen es doch wohl sein, oder? So, Moment. Kann ich von hier aus... Den Schalter betätigen? Bop, bop, bop. Irgendwie... Ja, natürlich nicht. So, den hatte ich jetzt vorhin als erstes betätigt. Was steht hier jetzt auf der Steintafel nochmal drauf? Finde die leuchtenden Steine. Ach, schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Ach so, ja. Ach, Hering, du solltest natürlich auch mal zuhören. Ja, gut. Okay, den untersten zuerst. Das habe ich ja... Habe ich zwar eben gerade gemacht, aber danach habe ich den obersten aktiviert. Also, das war... Ja. Ich sollte mir selber mal zuhören, wenn ich solche Sachen vorlese. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß. Ah, der Hering ist so doof. Ah, hat wieder zehn Minuten gebraucht, um das Rätsel zu kapieren. Ja, nee, ist klar. So, jetzt konnten wieder alle gehässige Kommentare schreiben oder so. Darüber freue ich mich immer am meisten, ist klar. Und? Ah, okay. Wunderbar. Es ist so schön, wenn alles so wunderbar logisch funktioniert. Interessanter Mechanismus. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, der war schon ziemlich auf Zack.